Erster, ja. Und ihr seid so zu mir. Danke. So. Die Ehrenmitglieder, und zwar Don Kasper, der auch auf dem Programm war. Dann die Glogging Ehren-Taktion, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, Tina Kipp und Angelika Grober. Und dann Michelle ist auch da. Ich habe es nicht gesehen, ich weiß nicht, ich bin hier. Nein? Okay, gut. Dann kommen wir, das waren jetzt die Boards, und jetzt kommen unsere Lieder. Es wird eine lange Liste, ich verspreche es. Können wir schon mal ein bisschen noch zurückkutschen, da kommen noch ganz viele. So, wir haben Bianca Behrens mit Martin Rohrbach. Mein Gebein ist schon hier vorne. Patti Bökel, Johanna Brüger und Polja Fröse, beide auf dem Programm. Carol D. Blanton mit Rudolf. Darm Trott und Philipp Radgern. Bernd Führer ist schon hier vorne. Stefan Körssel mit Katharina Torek in München. Lena Freundlich mit Jan Krober. Pascal Freundlich mit Julia Krober. Äh, ich bin mit Julia Krober, ja. Mit Julia Freundlich. Ulrich Kühnweiss mit Gieseler. Alex Jakobsen mit Brunner Neuerkulitz. Jan Kader mit Bettina Neubauer. Erhard Kampus von vorn. Chris Kellerman mit Claudia. Sandra Kellerman und Holly Krober. Martin Rohr und Thügel-Kreisler. Martin Rohr und Blotten. Ich denke mal, ob Franzi ist, würde ich was nach hinten zurückstellen. Natascha Lübeke. Thomas Stark mit Halle. Ronan Mertzke. Cynthia Martin und Daniela Sartor. Carsten Nielsen. Johannes Rundberg. Markus Rundf. Christian Schiegler. Uli Schiegler. Wolfgang Stimmt. Mit Alina Sövini ist auch wiederum der SBC News Chair. Christian Sorge ist leider schon ein Mann abgereist, der war gestern noch da. Susan Stoy. Anja Tietzel. Torsten Hückelmarken. Klaus Kölken. Alex Wallermann. Horst Bambroth. Und Martin Weijers. So, wen habe ich vergessen? Adrian Himmel und Alexander Kohl, die den Rundhands-Virtual. Dankeschön. So. Wow. Das waren viele. Wir können hinten einmal zusammenkutschen. Und die vorderen Reihen, I come on, California, Tournament, Partner, Trader oder whatever. Es ist kuschelig. Aber eigentlich ist es ja das, was wir wollen. Ich habe meinen Übersetzer geholt. Ich klaue mir hier mal kurz ein Mikro. So, ich mache es auf Deutsch, die auf Englisch, die weiß nicht, was kommt. Okay. Tatsächlich, ja, schön, dass ihr erstmal alle da seid. Ein bisschen nervös bin ich. Geht noch gut. Oh. Er ist wahnsinnig hochgetritten. Ja, dann machen wir eine Denkung. Ja. So. Ja. Gut. Und we welcome everybody in this hall. Also ich habe ja vorher die Übersetzung nicht so zu machen, wie das von Thorsten Geppert immer gewöhnt war. Kurz und dringend. Wir begrüßen 582 Gäste, 170 Mitglieder und VIPs, aus 174 Clubs aus 8 Ländern, Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweiz, Österreich, Tschechien, Sweden und Deutschland. Okay. Wartet mit dem Applaus, bis ihr die Übersetzung ist. My English is not the yellow from the egg, so I'm sorry for that. We have 582 guests, 170 members in BIPs, and there are people from 174 clubs, 8 countries, from Netherlands, Belgium, Denmark, Switzerland, Austria, Czech Republic, Sweden and Germany. It's good that Sina is the same as she stands for that. I'm more stressed than him and some of you can't see his failure. Yeah. You're wrong. Okay. Okay. Ich möchte noch ganz, ganz speziell auch jetzt hier zwei Personen danken, die... Tatsächlich haben wir was noch vergessen, aber... Danke.